Ich will ja nicht sagen, dass Warten angenehmer ist, als das Game zu spielen, aber Warten ist angenehmer, als das Game zu spielen. Ich finde das so. Du musst dich mit Sandpapier den Arsch abwischen, ist angenehmer, als du zu spielen. Hast du Spaß, ja? Jede einzelne Laner hat giga hart verloren. Ja, guck mal, weißt du, was positiv ist? Wir kriegen gleich nämlich auch Lupser. Schön. Hier. Oh, bestell doch! Die schwitzen halt auch wirklich um ihr Leben, ey. Es ist Clash, die schwitzen immer alle. Ist schon verständlich, ich würde auch gewinnen wollen. Im Trostbricket sogar. Ein schönes Game. Oh, stabil. Warte, warum habt ihr meinen Namen geändert? Wieso könnt ihr das? Du hast mit dem Eintritt in den TS alle deine Rechte abgetreten. Du bist ja das Eigentum des TS. Eigentum vom Alter. Ehrlich, ich will mich jemanden haben. Oh, oh shit. Oh, ich hasse gegen Samira's Spiel. Du musst dich einfach mal ein bisschen anstrengen, Alex. Ihr ganzes Kit countert mein komplettes Kit. Alles. Hey, du die Dingens. Nein, dieses Dashen von ihr über den Jacken. Oh, nicht Evelyn? Keiner von denen hat der Evelyn gespielt. Warum? 200.000 Evelyn Points, ey. Der Krieg schlecht lohne. Ja, da sind sie. Jetzt ernsthaft? Ey, wir sind an einem Kit. Hier rein, raus. Oh Gott, das sind alle... Hier Jacks töten. Ey, man, jetzt wurde der geheatet oder was? Ja, oder? Oh, der Jacks ist überlaut. Ey, Leute, ihr habt mich verkauft. Oh, dem. Helft die mir? Ja, ja, ich, äh... Oh, nein! Oh, du nimmst den? Hey! Ey, fang den einfach raus. Das ist okay. Boah. Hä? Smite für Heal. Was ist das denn? Hier ist da hier, ey. Ich auto-tacke. Aaaaah. Ich auto-tacke mein Leben. Ich glaub, was ist das? Aaaaah! Ich hab sie! Ich komme! Alter, ich will Leben! Aaaaah! Ich klop mich noch mit dem Support. Die Uhr, der steht einfach 2-0. Ey, was ist das hier? Ja, guck, zack. Sie ist wieder hier. Oh, shit. Oh, Gott. Aaaaah! Du dumme! Du dumme! Boah, wirklich. Ah, okay. Der Jacks hat keinen Jump mehr. Nein, komm, ein bisschen Schaden. Alles. On my way. Was? Nein, 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 nein. Aha! Oh, oh. Jetzt kriegt der Thresh wieder durch den Knie. Junge, er exhaust mich. Geiles. Let's go. Helikopter. 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 Oh mein Gott, ich bin so tot. Oh, da kommt ja noch wer. Oh mein Gott, ich muss so weg. Oh, schade. Kannst du die Luxe noch, Uden? Oh, schade. Ja, schon. Jawoll. Junge, cash ihn in. Fuck him up. Oh damn, was passiert. Noch ein Execute. Tragisch. Ja, wir nehmen die Luxe auch noch Hobbs. War mein, gar keine nehmen wir Hobbs, warum du sie so fahren hast, scheiß Klaus auch. Was baut der denn da? Jetzt geht er doch Bork. Na Bork hat doch keine Pickaxe drin, oder? Nein. Der Jax moved da vom Top-Jungle wahrscheinlich rein. Oh, shit. Wie gesagt, Jax von oben, maybe. Ja, links aus ist halt auch disgusting, bin ich ehrlich. Soll ich vorbeikommen? Ne, ne, wir haben keine Minions. Oh, ich kann nur auf der Begele. Ah, das kommt endlich. Kommt die nächste Wave. Oh, hab ich noch so. Wenn ihr die Wetter so abholt. Zieh, zieh, zieh. Ey, ich mein, ne Ult geht einfach nicht auf Cooldown, weil ich die ganze Zeit wieder... Sehr cool, lass ich ein Reset. Ah, ne, immer noch nicht auf Cooldown, ich hab wieder einen neuen Reset bekommen. Das ist ja egal, was hier gerade passiert, ey. Nein, ich sterbe. Nein, mein schönes Game. Scheiße. Wieso hätten die nicht unsere ersten Gegner sein können, wirklich? Das sind Welten, das sind Welten, das sind Welten gewesen zwischen den Speisen. Ey, oh, die Letten haben aufgegeben, ooooh. Die Letten haben aufgegeben. Ja, also ich hab schon meinen Clash-Op bekommen. Naja, stimmt. Wie, das war's jetzt? Wie traurig. Boah, das ist echt ein bisschen... Einmal gestompt worden, einmal gestompt. Der Effekt hat Clash, also besser geht's gar nicht. Balanced, as all things should be. Juge, so schlumpes Game. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.